So, heute geht's mit diesem schönen Papierschneider. Es handelt sich hier um das kleine Modell von Kubi. Und ja, ich fand dieses Gerät ziemlich praktisch, weil es relativ kompakt ist und nicht so sperrig wie manch andere. Und genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden und ich packe es jetzt erstmal aus und gucke dann mal, was es dann alles so kann. So, hier packen wir es eigentlich relativ simpel. Wir haben einfach nur hier in der EU steckt. So, das war's auch schon. Wir haben hier jetzt noch so einen kleinen Filzfuß, der hier abgegangen ist scheinbar. Das klebt jetzt hier fest. Das werde ich nachher nochmal versuchen zu lösen. Und ansonsten ist das jetzt schon ausgepackt und ja, so wie es sein soll quasi. Dann haben wir hier diese Schiene, die dann hier auch geklappt werden kann, um Papier einzuspannen. Und genau, dann ist hier das Schneideroller. Kann man dann leicht drücken. Und dann schön hier hin und her bewegen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wenn die äußeren Teile jetzt eine Funktion haben, weiß ich jetzt nicht genau. Aber eigentlich bräuchte man da nichts weiteres. Genau, hier fehlt jetzt der Filzfuß. Das ist wahrscheinlich jetzt verpackungsbedingt. Also nicht immer der Fall. Ja, genau. Verarbeitung ist erstmal okay soweit. Steht auch trotzdem fehlende Stanzfuß. Schön wie auf dem Tisch. Ist das nicht klebig oder so. Es bewegt so gut auf dem Tisch. Durch die Filzfüße. Ja, ich würde sagen, machen wir direkt mal einen Test. Ich habe jetzt hier einfach mal Grateikarten. Die sind so dick wie ein Foto. Und genau, hier kann man dann schön das Papier anschlagen. Und dann sieht man hier genau die Maße. So. Kann man einfach zuhalten und dann drüber gehen. Sieht schon mal wunderbar aus. Der Schnitt ist schön sauber. Ich muss auch nicht innerlich festdrücken. Ich nehme einfach einen R-Zettel. Ich drücke den einfach mal da drüber. So, es sind jetzt dreilagig. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber auch das hat man da gut geklappt. So. So. Genau, alle drei sind schön sauber durchgeschnitten. Ja, scheint auf den ersten Blick schon mal ganz gut zu funktionieren. Und ja, was jetzt angefällt mir. Es ist wie gesagt ziemlich kompakt. Und ja, kann man gut verstauen oder gut mitnehmen, wenn man das mal unterwegs braucht oder so. Markierungen sind auch ausreichend, denke ich mal. Also da waren hier die Kästchen und auch die Gradzahlen, falls man irgendwas winkelig steigen muss. Oder in einem gewissen Winkel. Und genau, ansonsten hat man hier nochmal die Markierungen an beiden Seiten. Ja, man hat jetzt hier zwar nicht diese DIN A4 und DIN A3 Markierungen, weil das Gerät auch einfach viel zu klein dafür ist. Aber ich denke, man kann sich so trotzdem behelfen, um einfach schnell mal so kleine Garteikarten oder auch Postkarten oder Fotos oder sonstiges zu schneiden. Und in meinem Fall reicht es auf jeden Fall. Von daher bin ich mit diesem Gerät ziemlich zufrieden bis jetzt. Also es scheint schon mal ziemlich gut zu laufen. Und ich kann es bis zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall schon mal weiterempfehlen. Der Preis ist auf jeden Fall auch angemessen, wie ich finde, also bis jetzt. Und genau, von daher klare Empfehlung. Ja, und das war's auch jetzt erstmal zu dem Kurzreview. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und ihr könnt euch gerne meinen Channel abonnieren.